oh Gott Seelenverdien Versuch's Hi, I'm Bobby Bearhug, want to know how much I love you? I love you to the moon and back I'm crazy about you I'm lost without you I've been lost a long time Please, take me with you this time You won't leave me, will you? Hi, I'm Bobby Bearhug, want to know how much I love you? Okay, where's the disk from that thing? Die haben sie aber hier ist nirgends ne disk Das sind die Smiling Critters Piss dich Warte Alter, macht euch vom Acker Ihr widerlichen Oh Gott Alter, seid ihr widerlich Oh, here it is Oh Gott Wo kommst du her? Es ist Zeit zu ernten Alter, fick dich Alter Ihr widerlichen Teddy Oh Gott Oh Gott Chic Juga Dit Juga Damit Juga 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mach dich vom Acker. Du kleiner Lappen. Sonst mach ich dich kalt. Ich mach euch so kalt. Wenn ihr mir lange auf den Sack geht. Oh nein. Wie erwischt er mich hier oben? Werden unsere Fenster vermissen. What the fuck? What the fuck? Okay, jetzt kann ich hier wenigstens nochmal neu probieren. Verpiss dich. Du auch. Gut, das soll jetzt eigentlich erledigt sein. Alter. Oh, Gott sei Dank. Ah. Der kleinen Ficker. Ich geh mal nach unten. Vielleicht ist das ja der WQ. Das ist schon Gummihänden. Diese Gummihänden sind ja auch schon fucking gruselig. Dr. Nein. Nothing left to save. Not here. Bird catnaps home, Angel. They're home. A movie pairs of eyes are on you now. Watching. Waiting. Hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Feel what feels empty inside themselves. That thing. Catnap. The prototype is his god. And this is what he does to heretics. These little toys all catnap to avoid that very fate. And in return, they're a fat. We try to fight it. The prototype's control. I'm the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. And this madness. The torment. So no. I'm gonna go. Don't leave me. Please. Just go. Run. Run. Wohin? Run. Ich wusste nicht wohin. Hat das vielleicht alles mit den Crittern angefangen? Und die Critter haben auch Hagi so manipuliert. Dass Hagi deswegen böse geworden ist. Wo soll ich hier raus? Hä? Wo soll ich denn hier raus? Aber das ist so meine Theorie, dass das Catnap, das alles angefangen hat, die Critters dazu benutzt hat, Hagi-Wagi zu kontrollieren, sie dann alle gekillt haben. Und weil keine Kinder mehr da sind, ist Mami Longlegs durchgedreht. Und weil keine Kinder mehr da sind, ist Mami Longlegs durchgedreht. Was soll ich denn tun? Ich meine, ich könnte auch einfach runterjumpen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Theoretisch könnte ich die Türen zumachen, dann kommt Dock Day nicht raus. Aber die werden sowieso eine Möglichkeit finden, die Chase Sequence weiter vorzuführen. Haben sie ja bei der Ollen auch geschafft. Alter, die sind auf den Sack gegangen. Und Alter, hab ich die gegruselt. Ganz ehrlich, ich bin ein Schisser, das ist das Problem. Okay, das bringt mir nix. Was soll ich machen? Wo soll ich denn hinrennen? Oh. Nein. 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 Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hinlaufen muss. Was passiert, wenn ich nach oben gehe? Werde ich dann von irgendeinem anderen Critter verfolgt? Nee. Nein. 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 Das ist schon wieder los. Loaf, 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 loaf... Okay. Okay, habe ich es geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft. Oh Gott! Alter, was ist los?